TV-Straßensound TV-Straßensound Wie ist das Live-to-Rap? Ja, Live-to-Rap ist immer geil Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht so voll ist Aber im Endeffekt ist es so, egal ob eine Person oder tausend Man muss alles geben Also die Leute sind auf jeden Fall sehr exzessiv abgeladen Ja, das ist gut, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass wir uns noch kommen Aus Nürnberg in Bayern, extra nach Nürnbergdorf und hier kommen Was wird kommen, 2014? Ihr seid wieder am Start Ja, also dieses Jahr wird definitiv wieder ein Comeback stattfinden Wir werden nach dem Sommerloch Nach den Sommerferien werden wir ein Album releasen JVG 2 Zusammen, natürlich Jenseits von Eden Genau Jenseits von Eden 2 Und dazu wollen wir nicht zu viel verraten Aber die erste Single wird auf jeden Fall punkten Die Handelbank 2 Und die werden wir im April, Mai releasen Wird geträgt vom Street Cinema Gesponsort von ZEKPLUS Unser Sponsor, ihr wisst Bescheid Und ja, auf jeden Fall wird es ein geiles Ding Die Leute, ja wie gesagt, die sollen sich warm anziehen Und vorhin haben wir exklusiv die beiden Parts gefangen Die natürlich hinter dem Vorgang Was? Was bekommen wir von dir noch zu hören? Wie war es jetzt? Also es wurde ja viel alleine gemacht Aber jetzt seid ihr wieder zusammen am Start Warum jetzt seid ihr dann alleine? Er ist Vater geboren Jaaaa Big Daddy Sorry für die Frage von mir Ja man, mein dreißigstes Kind, Alter Er ist jetzt offiziell auf einem Babbo Vielen Dank an uns Bubble Jam Automatik Gerne Bruder Top Auftritt Dankeschön Jetzt kommt Hamak 4.5 Mach mal ein bisschen Hallo Hamak Let's go 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 7 7 7 7 8